Lonato del Garda ist eine Stadt am Gardasee mit 16.246 Einwohnern in der Provinz Brescia in der italienischen Region Lombardei. Geschichte, der aus einer Entmorene des eiszeitlichen Rhetischen Gletschern hervorgegangene Festungshügel bestimmt aus Richtung Desenzano gesehen das Stadtbild. Bereits im Jahre 909 wurde die Existenz einer Burg an diesem strategisch wichtigen Ort im Grenzland zwischen Verona und Brescia erwähnt. Jahrhundertelang stritten sich Skelliger und Visconti, Venezianer und Mailänder um Stadt und Burg. Unter der Herrschaft der Visconti von Mailand wurden Verteidigungsfälle errichtet, die Burganlage erreichte das heutige Ausmaß. Venezianische Feldherren sahen diese als das Vorbild einer Festung an. Die Anlage verlor erst im 19. Jahrhundert ihre Bedeutung und wurde teilweise abgerissen. Lonato war durch den Sieg der Liga von Combré an Mantua gefallen. In dieser Zeit besuchte Isabella d'Este Gonzaga, deren Hof damals Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Italien war, die Stadt. Ihre viel zitierten Briefe liefern ein Bild dieser Reise, bei der sie mit ihrem Gefolge für die Politik des Stadtstaates Mantua werben sollte. Lonato gehörte jedoch schon wenige Jahre später wieder zu Venedig und bis 1798 stand der Markus Löwe auf einer Säule vor dem Palazzo Municipale. Sehenswürdigkeiten Unterhalb des 55 Meter hohen, die stadtüberragenden Turmes Maestra von 1555 befindet sich die Piazza Matteotti, ein kleiner Marktplatz, von dem aus ein Durchgang zur Piazza Zentrale, dem zweiten, größeren Platz führt. Er wird im Westen vom Palazzo Municipale begrenzt. Vor dessen offener Säulenhalle immer noch der besagte Markus Löwe an seinem Platz auf einer hohen Säule steht. Der Palazzo Municipale wurde 1769 erbaut und 1938 restauriert. Im Ratssaal hängt das Monumentalgemälde, die Pest, das Andrea Salesti 1693 malte und das an das Ende der Pest von 1630 erinnert. An Werktagen ist es vormittags öffentlich zugänglich. Gegenüber dem Rathaus befindet sich inmitten eng stehender Altstadthäuser die überhöhte Fassade und die Kuppel der Basilika. Die Barockkirche wurde in der Zeit von 1738 bis 1780 errichtet und ist Johannes dem Täufer geweiht. Formal lehnt sich das Kirchenbauwerk eng an den Dom im ebenfalls venezianischen Brescia an, ist jedoch ein wenig kleiner. Der Weg zur Ruine der Feste führt am Torre Maestra und an der mittelalterlichen Casa del Podesta, dem ehemaligen Haus des venezianischen Stadtverwalters, vorbei. Das völlig heruntergekommene Gebäude wurde 1906 von dem Rechtsanwalt, Politiker und Bürger Lonatos Senator Ugo da Como erworben. Er richtete sich hier sein Wohn- und Studierhaus ein, in dem er sich mit Zeugnissen oberitalienischer Geschichte und Kunst umgab. Heute sind Casa und Burg im Besitz der Stiftung Ugo da Como. 1920 ließ der Hausherr gegenüber der Casa ein ganzes Haus als Bibliothek für seine kostbare Sammlung errichten. Sie umfasst über 50.000 historische Bücher in Kurnabeln und Handschriften, darunter illustrierte Bibeln und seltene Ausgaben juristischer Kordizes. Im Museum der Stiftung sind Fresken des Floriano Famola, Gemälde, antike Möbel, Porzellan, Zinn- und Kupfergegenstände sowie Zeichnungen zu sehen, darunter einige von Giovanni Battista Tiepolo und Appiani. Die Burgbefestigung von Lonato beeindruckte selbst Napoleon. Heutzutage besteht die Ruine auf dem Festungshügel vornehmlich aus weit verzweigten Mauerwerksresten und einigen Grundmauern im Inneren. Der unregelmäßige, einem Dreieck ähnelnde Grundriss ist durchschnittlich etwa 45 Meter breit und fast 180 Meter lang. Die Anlage besteht aus zwei in unterschiedlicher Höhenlage gebauten Körpern, der sogenannten Rocketa und dem etwas tieferen Teil, der als Hauptquartier bezeichnet wird. Die Kirche Santa Maria del Corlo am nördlichen Stadtrand wurde um 1500 wieder aufgebaut und enthält noch Reste des Vorgängerbaus. So finden sich zu beiden Seiten des Eingangsportals gotische Fresken aus der Zeit um 1300. Der Rest des Kirchenraums wird vom Brestianer Renaissance des 16. Jahrhunderts geprägt. Vor allem das Gewölbe ist mit biblischen Szenen in eindrucksvollen Scheinarchitekturen geschmückt. Auf dem Altar steht ein Gemälde von Alessandro Moretto, das um 1500 entstanden ist. Ebenfalls am nördlichen Stadtrand liegt auf einem Hügel die romanische Kirche San Zeno. Auf diesem Hügel stand die erste, im Jahr 909 in einer Urkunde erwähnte Burg des Ortes. Sie bildete den Mittelpunkt des damaligen Stadtkerns, der jedoch um 1200 verlassen wurde. Übrig blieb die um 1150 erbaute ehemalige Pfarrkirche, ein romanisches Bauwerk mit einer aus großen Sandsteinquadern bestehenden Absis. Bildergalerie, Punkt, 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 Punkt Und